Ja, Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück zu Avengers Mystery Escape On Sin Eyes, also auf dünnem Eis sind wir, auf Kapitel 3 sind wir jetzt glaube ich gerade Und wir sind gerade wieder zurückgekommen, Stehsturm ist draußen noch Und ich nehme mal an, das hier ist, wer ist der Typ denn nochmal? Äh, ja, ich weiß es gar nicht mehr, Cape war unglaublich, sie hat Sticks dazu gebracht, uns mit 100.000 Dollar zu bestechen Und dann hat Colt eine Rauchgranate geworfen und sie sind uns beide entwischt Jakob Klingt eher so, als hättet ihr eine Menge Zeit verschwendet Jetzt wird uns der Sturter zu zwingen, unsere Nacht in diesen vier Wänden zu verbringen Der Verräter bringt uns jetzt wahrscheinlich einen nach den anderen um die Ecke Äh, warte, ist das dein Ernst? Ich schließe mich in mein Büro ein Wir werden ja sehen, wer Momfoo noch am Leben ist Was für ein Ich habe die Festplatte auf den Schreibtisch gelegt Oh, richtig, danke dir Du kannst dich zusammen mit Kaiko im Labor einschließen Ich werde mich zu Murphy gesellen Nein, nein, bleib du bei Kaiko Ich muss an dieser Festplatte arbeiten Oh, okay, gute Nacht, Murphy Murphy, genau, Murph Murph So, Hawksor hat uns die Festplatte zurücklassen Doch von der selbstständigen Zahl, mit der man die entschließen kann, fehlt jede Spur Aber stimmt das wirklich? Äh? Okay Ich habe keine Ahnung Papierkram Computer, Murph Haben wir mal Murph Murph Hallo Wir sind allein nun völlig eingeschneit Irgendwie romantisch Wenn wir nicht arbeiten müssen Okay Können wir da schon Vorschritte gemacht? Murph Ich habe die Organisationsplan von Hawksor in ein paar Gesichter zugeordnet Alle waren bereits in den Polizeiangten Ah ja Kein Signal Hier bricht alles in sich zusammen Okay, natürlich Ich wollte gerade sagen Warum ist das Kabel denn hier offen? Polizeiangtum nicht empfehlen Sticker Können wir den Sticker da rum machen? Yay Oh, danke Dann hätte ich auch selbst sehen können Es war ein langer Tag Okay Ah, warte Ich kriege einen Pfeil Haha Warte mal Wir haben ja Ich mach mal kurz den Zettel Also wir haben Wir haben die drei unten Die drei unten auf der rechten Seite Alle drei Also Blackjack Die Leiche, die wir auf der linken Seite hinter den Schuppen gefunden haben Trotz seines Namens hat er keinen Totschläger dabei, sondern eine Brechstange Ja, sein Spitzhammer kam wohl von der Waffe Nicht von der Waffe, sondern eher von seiner Liebe zu Casinos Angeblich war der doch besonders scharf auf Blackjack Zum Beispiel das Kartenspiel, in dem man die 21 erreichen muss Also 21 So, wollte ich auch gerade tippen Sie schläft um 12 Uhr gerne Und Zehner Das ist ja Kult Ich wollte gerade sagen, ist das Kult, aber nee Zehner, der Drogenhändler Der die Reichen versorgt Zu Beginn seiner Karriere hatte Marihuana Stetze Portionen und Werte von 10 Uhr verkauft Also 10, 12, 21 Richtig Na ja, gucken wir mal Also Oh Das war verkehrt Wir müssen 21 Dann müssen wir 10 Und 12 Yay, das war richtig Ich trinke ab und zu nochmal ein Stück Kaffee Geschafft Dann lass uns mal sehen, was Foxhaw alles über die Augen zusammengetragen hat Äh, ich schließe sie am besten schneller an meinen Computer an Äh, vielleicht solltest du sie lieber nicht an dein Computer anschließen Du weißt schon Wegen der Weh Oh, richtig Es war ein langer Tag Ja, dann hat ein Was? Dan hat ein Computer Der Beweise, wie diese hier analysieren kann Wir sollten die Festplatte nach unten bringen Dan Okay Mürf, kommst du mit? Dan Lebst du noch? Er schläft Dieser Kerl Wir stecken dann in einer Ermittlung zu einem dreifachen Mord Und er macht einfach ein Dickerchen Weißt du noch Als du ihn mal mit Donuts aufgeweckt hast Sehen wir uns um Es sollte sich ja hier bestimmt etwas finden lassen Damit wir ihn aufhecken können Mit einer Knallzange vielleicht Vielleicht piekse wie ihn Kommt piekse wie ihn Mach schon auf Nope Wir brauchen etwas mit Zucker oder Koffein Um ihm wieder auf die Beine zu bringen Okay Äh Ich sollte mich wirklich darauf konzentrieren Dan aufzuwecken Okay Hier ist irgendwie eine Fernbedienung oder sowas Hauptsache wir räumen erstmal den Alles hier auf Wenn der aufwacht, weiß er nicht mal wo er ist Um den Computer wieder zusammenbauen zu können Brauchen wir zwei Lüfterhalterungen Eine Grafikkarte und Schläuche mit Kühlmittel Okay Ne gra Das ist eine Lüftung Ich wollte gerade sagen, dass es eine Grafikkarte Aber nein, ist es nicht Können wir hier irgendwo Ein Da oben ist eine Dose Ah ja Ah Ich klicke einfach gerade im Bild umher Egal Okay Hä Also Ne So Die Ich habe gedacht, es wäre die Kühlung Aber Ein Griff Nein gut Eine Fährbedienung Nope Okay Äh In dieser Schritte steht da Ah, da fehlt ein Griff Ja natürlich Schläuche Yay Komm Lass uns Schläuche reinmachen Jetzt Okay Ich habe gedacht, wir können die Dose als Kühlung benutzen Wir müssen einen Schlüssel für den Schrank holen Ah ja Einen Schlüssel für den Schrank Wo kann der denn sein? Ich muss diesen Ach Entschuldigung Das war ziemlich doll Jetzt habe ich Kopfschmerzen Okay, Schläuche brauchen wir nicht mehr Wir brauchen noch irgendwie einen Schlüssel Aber Was ist das denn? Für eine Fährbedienung Nein, das geht alles nicht Subcooler Kühlungsmittel Ah Jetzt Nein Nein Ah, da liegt was Dann, wach auf Wir müssen die Festplatte analysieren Dahinter liegt aber was Ach, die Kohle für ihn Danke Tut mir leid Ich schlafe einfach oft ein Wenn ich unter Stress stehe Schneestimmel Mordfälle Es ist einfach zu viel Wir werden dich nicht lang belästigen Wir brauchen die Daten von dieser Festplatte Oh, tut mir leid Ich baue gerade meine Analyseausrüstung neu auf Sie ist im Moment im ganzen Raum verteilt Vielleicht nächste Woche Wir werden dir dabei helfen Deinen Computer wieder zusammenzubauen Das mache ich echt gerne Großartig Da sie juckt die ganze Zeit Das ist so schrecklich Sieht so aus, als hättest du schon angefangen Ich gehe dir besser aus dem Weg Okay Aber jetzt haben wir das ja Na, siehste Das Ding da rein Ich verkaufe die Bildschirme Jetzt kommen die Wärmeleipaste Überprüfe den Abstandshalter der Hauptplantine Ah ja Er läuft Wie lautet dein Anmeldedaten denn? Oh, verdammt Ich habe sie erst neulich geändert Tut mir leid Ich habe sie völlig vergessen Du hast dein eigenes Passwort vergessen? Du bist unser Technik-Spezialist Ja, das ist mir echt peinlich Bist du sag das dem Bus nicht Okay Ähm, können wir damit... Oh Es hängt zwischen zwei Fotos fest Ja, mit der Fernbedienung kann man das wieder beheben Aber ich habe sie verloren Aber ich habe sie verloren Ah ja Also Warte mal Ich muss nochmal kurz hier wegstreichen Fünf Neun Sieben Ich habe es gerade nicht gesehen Drei Ah, okay Das war's Gut Du hast wirklich keine Ahnung Wie man die Anmeldedaten lauten denn Du bist hier der Amtmünn Letztes Jahr habe ich echt viel um die Ohren Die Beziehung zwischen Kaiko und mir ist ziemlich angeschlagen Kein Problem Ich habe schon viele Bildschirme in meiner Karriere geknackt Du hast sie doch bestimmt irgendwo einen Hinweis hinterlassen Ja, das habe ich wahrscheinlich Okay 5, 9, 7, 3 5, 9, 7, 3 Ach, okay Äh, Uhrzeit, Schneefisch Und Ich habe steile Äh, warte mal Vielleicht soll ich mir das auch aufschreiben Welche Warte mal Äh Ja gut Dann machen wir das so Schnee Schnee ist die Drei Machen wir da eine Flocke hin Äh Mechanische Teile ist die Sieben Oh Gott Ja, aber ich denke ich weiß was da mal geweiht ist Fisch ist die Neun Und dann haben wir die Zeit ist wahrscheinlich Fünf Zeit Mani, meine Nase Also die Zeit ist fünf Das ist drei Fisch ist Fisch ist neun Und jetzt sind nur die sieben Ah ja Entschuldigung, ich muss auch hier kurz die Nase putzen Die ganze Zeit So, jetzt ist es besser Ich habe da scheinbar irgendwie ein Haar oder sowas gehabt Was mich die ganze Zeit gekitzelt hat Das ist ein Schreckling So, wir sind drin Jetzt sollten wir Sticks Testplatte analysieren können Kannst du die Suche für uns starten denn? Denn es ist wieder eingeratzt Unfassbar Okay Oh Gott Ah Da haben wir doch etwas Sticks hat ihr Handy wohl vor kurzem angeschlossen E-Computer hat ein automatisches Backup gemacht Die Telefonkontakte sind hier Wir müssen nur die Verschlüsse umknallen Ich muss die Codierungstabmete in Gruppen einordnen Gelb in der oberen Reihe Weiß in der mittleren Reihe Grün unten in der Reihe Äh Achso, das ist so ein Schieberietzel Äh, warte mal Wie war das erstmal? Weiß in der Mitte Wir klöpfen in der unteren Reihe Und an jeder Seite für Wände Und an jeder Seite für Wände ist CS Wände gelben Datenblöcke In die obere Gelb Weiß Ja, weiß Und grün Gelb, weiß, grün Alles klar Ahja So kann man das machen Gut, dann machen wir das einmal so Zack Den müssen wir auf jeden Fall Warum geht das denn nun nach unten? Naja gut Nein, ich wollte den eher bewegen Danke Äh, ja, das ist ein bisschen doof Aber hier können wir das machen Nein Warte, so Zack Hoch damit Äh, warte Machen wir das so Hoch damit Den wieder runter Den wieder hoch Okay Äh, hier haben wir auch nochmal gelb Ah ne, warte Nein Falsche Richtung Äh, ach ne, warte Wir müssen den ja erstmal Hier müssen wir erstmal da hin machen Nein, falscher Knopf Sorry Oh Nein Äh Es wird heute nicht besser So, gäbe es fertig Jetzt müssen wir einmal weiß ändern Äh, warte mal Das gehen wir auch relativ schnell hin Denke ich So, so Dener Und jetzt Nein, das war zu weit Das war der falsche Dener Und hoch Perfekt Geschafft Leg schnell auf, Kate Du warst es doch Der Müll Der Müll Befohlen hat den Verräter zu finden Ich habe meine Meinung geändert Leg auf Was Oh mein Handy Das könnte der Zahnarzt sein Ich sollte wohl besser rangehen Hm, hallo Den hier Aufgeflogen Den Lass sofort das Handy fallen Auf den Buben mit dir Hände hinter den Kopf Oh oh Wow Jakob hat sich gar nicht mehr eingekriegt Ein korrupter Polizist Ein Schamfleck Für den gesamten Bruchstand Du hast den guten Ruf Unsere Wache zerstört Stopp Ich ertrage das nicht Alle Fälle An denen du gearbeitet hast Sind jetzt in Gefahr Bitte lass mich die Befragung übernehmen Jakob Wir müssen Sticks unterschöpfen Auf Äh Aufspüren Du kannst mir helfen Murphy Ich muss dann Nein Weißt du was Ich bin auch echt sauer Wegen ihm ist Hawksor jetzt tot Du hast meinen Freund auf den Gewissen denn Oh Was ist er jetzt noch Wie konntest du nur denn Ich hab dir vertraut Ich Ich muss schlafen Sag es ja nicht Ich hab dir mein Herz anvertraut Ich muss diese drei Schreihälse loswärmen Bevor sie denn befragen kann Bevor ich denn befragen kann Gut Alles klar Äh Wir brauchen hier wirklich eine festangestellte Hausmeister Okay Wir haben hier Desinfektionsmittel Okay Gebrunnen Draht Kein Kogen Geh mir bitte aus dem Weg Nein Ich rede gar nicht mehr denn Hast du deshalb mit dem Snowboard aufgehört denn Oha Okay Wenn ich nur Sobald die Bezirksanwältin den Bericht gelesen hat Wird sie dich bei gebändigen Leib begraben denn Der arme Typ So Können wir irgendwas ins Gesicht schmieren An den Hintern schmieren Können wir irgendjemanden pieksen Ah Anschlüsse Oh hier für die Schlüssel Nein Wir brauchen hier die Drahtfülle Natürlich Keine Chance Jacko hat sich sichere Schlüsse Insight wieder lassen Okay Ähm Was können wir denn noch machen Das seien mit der Seife Nein Okay Doch der Schüssel Oh Gott Alles eingefroren Ähm Mit Seife Ja Gut Funktioniert Anscheinend Hm Auch ein Schloss Also Ach ne Okay Absperrbänder Und ein Kut Besucherbruch Gefangenen Alle Hände müssen stets sichtbar sein Kein Gegenstände Austausch Alle Hände müssen stets sichtbar sein Es dürfen keine Gegenstände ausgetauscht werden Die Hemden beider Personen müssen vollständig zugeknöpft sein Alle Hände Alle Hände Das bedeutet also Vier Wenn ein Besucher da ist Alle Hände müssen sichtbar sein Es dürfen keine Gegenstände ausgetauscht werden Also null Die Hemden beider Personen müssen vollständig zugeknöpft sein Also zwei Hemden würde ich sagen Äh An beiden Füßen müssen Schuhe getragen werden Also vier Ich sehe auch vier oder zwei Müssen wir mal gucken Weil beide Füße müssen Schuhe getragen werden Die Münder beider Personen dürfen sich nicht berühren Okay Gut Gucken wir mal Ähm Vier Null Zwo Vier Zwo Ah ja Super Deins Eigentum Yay Ich übergebe dir diese Beweise Kaiko Bitte unterzeichne die Beweismittelkette Und die Vorderseite der Tasche Kannst du mir bitte eine Minute geben Damit ich meine Wut Luft machen kann Tut mir leid Ich mache mir nur Sorgen um Dan's Handy Es gibt einige Nachrichten Apps Die selbst löschen Wenn sie nicht andauernd bestätigt werden Uns könnte Beweise durch die Lampen gehen So heißt du hast recht Ich bin hier fertig Das habe ich davon jemandem mein Vertrauen geschenkt zu haben Ich sollte mich wohl besser wieder an meinem Arbeit begraben Okay also jetzt kommen wir da ran Äh hier ist die Verhaftungspapiere Sir Das ist eine todsichere Sache Am besten rufen sie sofort den Bezirksanwältin Und richte da Wargrave an Damit die Verurteilung ins Rollen gebracht werden kann Endlich spricht hier einer mit klarem Kopf Du bist erledigt Daniel So dich wickeln wir ein Papier ein Murphy Nimm dieses Absperrband und sichern Dan's Technikraum Es ist jetzt ein Tatort Du kannst mir auch einfach sagen Dass ich gehen soll Wenn du nur mit Dan alleine reden willst Wir brauchen dir keine Ausreden ausdenken Um mich loszuwerden Ich versuche nicht Ich habe jetzt keine Zeit für Schritte Es tut mir leid Falls mein Tonfall abschätzig war Wir sind gerade alle etwas emotional Und ja Bitte lass uns alleine Na schön Okay Kommen wir an die Brille ran Er schläft doch mit offenen Augen Ist auch in Ordnung Komm Brille Wach auf Nö Denn Du musst aufwachen Komm wieder irgendwie rein Sie ist auch so reichweite Kommen wir da vielleicht mit diesen Ah natürlich Ah lass mich raten Ich könnte ihn auf ihn werfen Aber vielleicht gibt es ja auch einen Spritzriegen Weg um ihn aufzuwecken Okay Aber Was Können wir machen Oh ja Befreundes Wasser Was Wo bin ich Hey Seh mich an Wir müssen reden Ich kann nicht Ich habe meine Brille verloren Ich kann nichts sehen Ich weiß nicht wo ich bin Ja das haben wir doch gleich Also gut Du hast deine Brille zurück Jetzt hör auf Auf Zeit zu spielen Sieh dir das hier an Dieses Bruder Hab ich In Stick Safe gefunden Wer ist dieses Mädchen Oh Gott Wer ist das Mädchen denn Das ist meine Tochter Sie haben meine Tochter Entführt Caspia Caspia Oh Gott Was für ein Name Wenn ich nichts tue Was sie mir sagen Dann bringen sie sie um Du hast das Gerät Für die Erpressungssoftware Auf meinen Schreibtisch Zurückgelassen Du wolltest Geschnappt werden Es begangen Mit kleinen Dingen Sticks wollte Dass ich jemanden Anhand seiner Seines Nummernschilds Identifiziere Sie wollte Opfer helfen Die sich nicht An die Polizei Wenden konnte Ich habe mich nützlich Gefühlt Und ich brauchte das Geld Aber dann Wollte sie immer mehr Von mir Als ich Als ich ihr Mit dem Aussteigen drohte Schnappte sie sich Meine Tochter Hier Jacob hat vergessen Mir den Gürtel abzunehmen Mehr kann ich dir nicht sagen Was soll ich denn jetzt Mit dem Gürtel Oh wow Das hilft Und dann hat er dir Dein Gürtel gegeben Ja Ohne ein weiteres Wort Ich verstehe es einfach nicht Hey Es tut mir leid Dass ich dich Unter Dass ich dich Unten Vorhin so angefahren habe Du hattest aber recht Ich hatte nur Ein Vorwand Ein Vorwand Ich kann nicht mehr lesen Heute Es tut mir leid Vorwand gesucht Um dich aus dem Weg Zu schaffen Ich will kein Erinnernis sein Wie kann er Sowas nur Denken Warum versteht er mich nicht Ich würde alles ruinieren Wenn ich sage Was mir gerade durch den Kopf gegangen ist Kate Bin ich für dich nur ein Hindernis Nein Du bist das Ziel Wenn wir dieses Fall gelöst haben Dann gehen wir zusammen Sushi essen Und 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 ich will nicht Dass Meine Stimme geht die ganze Zeit Aber es tut mir leid Dass er nur bei dem Abendessen bleibt Du weißt schon Unterkollegen Ich will dass es ein Date ist Ein offizielles Date Das würde mir sehr gefallen Yay Ein Date Zum Glück war Möfi hier Um den Zusammenbau zu helfen Ja Ah Ein Schlüssel Ein Schlüssel für den Schrank Irgendwo Irgendwas Interessantes gefunden Ich sehe einen Ankupfer aus Haarplastik Mit einem Bildschirm Ich glaube das ist ein Stinkway Ein was Ja das möchte ich jetzt auch gerne wissen Ein tragbarer Telefonüberwacher Der Heimatschutz hat solche Teile vor Jahren an uns allen verteilt Offiziell sind sie ein Geheimnis Ah ja Also hat Dan dann mit Hawksers Handy aufgespült So haben sie ihn also gefunden Er geht nicht ran Er geht nicht an Ich lese mir mal die Gebrauchsanweise durch Eine Gebrauchsanweisung? Wer hat denn bitte Zeit für sowas? Haa Lass mich mal sehen Ich brauche eine Antenne und ein Batteriepack Natürlich Oh Okay Eine Antenne ist das glaube ich Das ist eine Antenne Gut Eine Antenne Und ein Batteriepack Oh Ein Rätsel Ich gebe jetzt Dixan die Nummer ein Die wir auf der Festplatte gefunden haben Jo Das hier sind die Orte an denen sie am häufigsten war Wenn wir jetzt einen Querverweis Mit den Aufzeichnungen der Mobilfunkmasten machen Und sie über den Zeitraum nachverfolgen Denn lass dich herausfinden wo sie schläft Lass uns die Anweisung durchlesen Tipp auf zwei Mobilfunkmasten Um die miteinander zu verbinden Wenn du erneut auf sie tippst Mit der Verbindung mit deinem Wert Die Zahlen auf jeden der Mobilfunkmasten Gibt an Wie viele Verbindungen er braucht Jeder Mobilfunkmast Muss mit der Gruppe als Ganzes verbunden werden Verbindungen dürfen sich zudem nicht überschneiden Hä Also Ah so ein Spiel ist das wieder Und drüber dürfen wir nicht Äh Das finde ich jetzt aber schwierig Ja 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 aber den krieg ich doch gar nicht verbunden Oder Äh Ich verstehe das Spiel gerade irgendwie nicht Ich habe jetzt gedacht dass wir alles irgendwie verbinden müssen Aber Anscheinend Ah ok Bei der müsste ja eigentlich Damit verbunden werden damit Aber wir können ja keine zwei verbinden Ach so Ah ok Wurde ich gerade sagen Das geht das ja gar nicht Sonst geht das ja gar nicht Aber das geht gar nicht hier Das geht da unten mit der 4 Ah Aber das geht auch nicht Aber das geht hier mit der 4 Ok Das geht nicht Aber das geht Dann würden wir das so machen Den damit Und dann hätten wir hier die 3 Ok So Ok Das funktioniert Die können wir auch nicht miteinander verbinden Aber den können wir damit verbinden Den können wir damit verbinden Den können wir Äh Keinen anderen verbinden Doch damit Ok Das geht Den könnten wir damit verbinden Den könnten wir damit verbinden Den könnten wir damit verbinden Den könnten wir damit Den könnten wir damit Hier fehlt auf jeden Fall noch welche So Den damit Den damit Den damit Oh Äh Ach der muss aber damit Warte mal Warte mal Was ist denn Wenn wir den damit verbinden Den gar nicht damit Warte 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 Ja 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 Ich weiß Aber der muss doch nicht damit Der kann damit So Mit wem können wir den denn hier verbinden Gar kein mehr Aber der muss ja mit denen Oder mit dem Ne Mit dem auch nicht Hm Also der braucht auf jeden Fall noch einen Anschluss Den kann man nicht damit verbinden Wieder damit Den kann man allerdings Damit verbinden Warte mal Was ist denn Wenn wir die rausnehmen Und die beiden verbinden Und die beiden so machen Und die so Ah ok Super Das müsste es sein Bei dieser 6 hier Verbringen sie ihre Nächte Überprüfe die Längen Und Breiten gerade Das ist ein altes Verlassenes Armwesen Früher gehörte es wohl Einigen Schmugglern Na siehste Haben wir doch geschafft Wunderbar Laut den Stinkway Ist sie nach Norden Aufgebrochen Trotz dieser schrecklichen Sturms Ok Ihr wollt wirklich da raus In diesen Schlechturm Pistole Schlüssel Jacke Lass uns meinen Truck nehmen Der hat Schneeketten drauf Ok Aber du hast den Verriter doch schon befunden Wir sind mit Sicherheit Jaja Sie haben Dens Tochter Ok War es das? Ach ok Alles klar Das war diese Folge Wir sehen uns dann In der nächsten Tschö 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 Tschö